Ja. Oder zumindest stückst du die mit dir rum. Das ist nicht schwer. Es geht. Meine Güte, hast du Kraft in den Armen. Ja, ich transportier die alle auf dem Rücken. Ah. Ja. Das weg. Hm. Ich weiß jetzt auch, warum ich die ganze Zeit so Rückensperzen habe. Ach so. Ja, dann darf ich echt nicht so übernehmen, oder? Ich hoffe. Ja, ich denke, wir suche daran zu denken. So. Ähm. Ja, das brauchen wir jetzt später. Das brauchen wir jetzt hier alles gerade gar nicht. Ich meine, ich schleppe sogar hier noch Setzlinge durch die Gegend. Ähm. Wir brauchen, das brauchen wir zweimal und wir brauchen auch noch einen Schalter, wissen wir. Oh. Ich bin wahrscheinlich wieder blind. Nein, da noch brauchen wir. So. Dann bauen wir mal das gute Stück da hin und das gute Stück bauen wir da hin. Und da kommt was anderes hin. Ja. Die Türen sind irgendwie anders aus, oder kommen die nicht nur so vor? Ne, das sind jetzt Eisentüren. Ach so. Ja, die sollen anders aussehen. Ja. Ich habe mich noch gerade ein bisschen gewundert. Ähm. So. Gut. Ist total sinnlos, sei jetzt irgendwie zu... Ne, warte mal. War dann auch wieder eine tolle Idee. Moment, dann nehmen wir doch hier über den Schalter. Ja. Ich meine durch die Druckplatte. Macht mehr Sinn. Ähm. Ach, Moment. Ich bin ein bisschen davon wieder liegen lassen. Ach ja. Also ich und Druckplatten und Türen. Ja. Eine Geschichte für sich. Das ist die Freunde. Ja, total. So. Die Druckplatte kann weg. Das brauchen wir jetzt glaube ich gerade nicht. So. Was brauchen wir denn hier? Ah. Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen... Ähm. Halt. Da war es schon. Wir brauchen... Bücher. Du und deine heiß geliebten Bücher. Aua. Ja, ja. Bücher müssen sein. Ups. Der war zwei Sporen. Okay. So. Wenn man das gibt ja, dann auch nicht. Und dann. Und dann. Ich bin das. Oh nein. Oh nein. Ah, noch mal. Du bist einfach mal. Ich bin das. Phanisch. Ach so. Du bist einfach mal. Ja, ja. Sorry. Nix passiert. So, das können wir wegtun, das brauchen wir nicht. Denn wir brauchen was anderes. Das da. Wahrscheinlich kann sich der eine oder andere jetzt schon denken, was hier hinkommt. Ich nicht. Noch nicht. Ja, also wir können das auch kleiner machen, das würde vielleicht mehr Sinn machen als kleiner machen. Oh, wie cool. Ja, das hat einen ganz coolen Effekt. Da müssen wir es nur ganz kurz aufräumen, weil... Mach den Boden recht weg. Ja, ne, wir müssen das ein bisschen weiter hier drüben hin bauen. Warum? Dann sieht es einfach besser aus. So, das war jetzt die komplette Ausgabe der Bild-Zeitung. Nein, ich habe nichts gegen die Bild, falls jetzt irgendeiner das denkt. Ich lese sie nur einfach nicht. So. Jetzt macht das ganze mehr Sinn und wir bauen die Fackeln einmal dahin. Und jetzt passiert das ganz coole, das klaut sich jetzt die Buchstaben aus den Büchern. Ja, so genial. Ja, ein Buch, das ich selber schreibe. Das ist doch schön. Jetzt lasse ich auch. Mhm. Mhm. Wir sind da auch gekommen. Also wenn ich mein Altar baue, baue ich den immer so. Genau so. Kannst du ja mit benutzen. So. Wie gesagt, das ist der Altarraum. Ähm. Und auch das Labor viel mehr. Und jetzt habe ich die Fackeln da geräumt. Mhm. Toll. Ja, Bücher. Leseratte. Hä? Hm. Leseratte. Äh, du hast mein Zimmer gesehen. Du weißt, wie viele Bücher da drin rumfliegen. Gar nicht. Gar nicht mal, wo dein Haus wohnt. Und dein Bett schläft. Du weißt ganz genau, wo mein Bett schläft. Vielleicht. Also, naja. Nicht wirklich. Ja. Also. Was willst du als nächstes machen? Ja, aber wir sind hier eh noch eh noch nicht ganz fertig. Also wird hier noch ein bisschen rumbasteln sein. Kannst du da noch eins rein? Ähm. Wir werden jetzt etwas, was ich so ganz schick finde. Wir wollen erstmal Lapis. Und dafür muss der mal weg. Na toll, wir haben Zombie nebenan. Naja. Sehr gut. So. Lapis. Da sind deine Stalker wieder. Hä? Da sind deine Stalker wieder. Naja. Meine Stalker. Ich hab sie auch so gerne. Hm. Und wir brauchen... Was brauchen wir denn denn noch? Wir brauchen, 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 brauchen. Hm. Eine Kessel. Ich mache jetzt halt das gesamte Labor zusammen. Ah, okay. Das ist der Kessel. Da kommt der Ofen. Ja, ich wollte es nicht in den Ofen. Danke. Und wir benutzen das da unter. Das hier so wenig Licht hat. Und wir nehmen mal so fies und hauen hier noch ein paar Kisten hin. Brauchen wir nämlich hier auch noch? Na, ich hab wieder die falschen Kisten erwischt. Mhm. Was passiert? Ja, es gibt verschlossene Kisten und die kannst du halt nicht wirklich benutzen. Und es passiert mir recht häufig, dass ich die aus Versehen erwische. So, weil wir die nämlich brauchen. Ähm. Das ist also das Labor. Ich find das mal echt cool. Oh. Ich mag das auch immer ganz gerne. Äh. 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 Ich werd's mal schon nochmal kurz unterbrechen. Moment. Gleich wieder online. War deine Mom ganz besorgen oder was? Hä? Was? Was? Ist sie ein Termin oder was? Ne, äh. Sie geht auf eine Jahreshauptversammlung und da hab ich kurz ihre Haare richtig gemacht, dass die wieder aussieht. Uh. Ja. Das war auch alles. So, und jetzt sind wir auch wieder da. War auch nur ganz kurz. So. Ähm. Genau. Endspiel zurück. Da könnten wir den dann zum Beispiel schon mal weghauen. Und dann kommt der da hin. Der kommt da hin. Und, äh, also ich bin ja meiner Meinung nach, bräuchte eben hier immer recht viele Kisten. Ist meine Meinung. Ja, weil was man halt alles hier machen kann, ist halt ganz interessant und man sollte halt auch immer gucken. Also meiner Meinung nach, dass man genug davon auch hat. Muss nicht. Kann aber. So. Jetzt muss ich kurz überlegen, ob das jetzt alles war, was hier rein gehört oder ob da noch was hinkommt. Guck ich gerade mal. Ja genau, also das kann ich eigentlich auch noch mit rein bauen. Nein theoretisch, aber das kann ich hier selber machen. Und, äh, also ich sag immer, es gibt das Labor, wird ein paar Sachen haben, dass auch, ähm, die Küche zum Beispiel haben wird. Ein paar Sachen, nicht alle, aber, so wie es ich, bräuchte es ganz gerne so ein, damit das es auch nach was aussieht. Der, ja, da ist, muss ich mal gucken, ob ich den hier jemals noch mit rein setze, keine Ahnung. Ähm, warum? Äh, der wird gerne als, also das Teil hier wird gerne als Kühlschrank benutzt. Und da, meine eine Freundin, ist da ziemlich gut drin Kühlschränke zu bauen, ich dafür eher weniger. Kühlschrank-Chan. Also ich würde sie jetzt mal jetzt nicht so nennen, aber, ja, wie auch's. Ich hatte wirklich mal einen Kumpel, den habe ich Kühlschrank-Chan genannt. Aber, nicht weil der so groß war wie ein Kühlschrank, so ein klobiger Kerl. Der, der hat einfach eine Art gehabt, der war einfach nur eisig. Aber der hat so einen geilen, trocknen guten Morgen gehabt. Also, geil, einfach nur geil. Okay. So, hier werden wir jetzt mal ein paar Bilder hinhängen. Das Bild kann weg, das sieht nämlich doof aus. Das hatten wir schon. Sieht doof aus. Sieht doof aus. Das kann man lassen. Nein, ich bin jetzt nicht so der große Fan von Bildern hier. Ja, also man kann schon ein paar hinhängen. Oh ja, das ist gut. Das können wir lassen. Das klappt. Ja, genau. Ähm. Brauchen wir dafür noch was? Den Braustand brauchen wir eigentlich nicht nochmal. Aber, na, bissler zu lieblich kann er eigentlich auch nochmal weg. Den Kessel brauchen wir nochmal. Und den Ofen brauchen wir noch ein oder zwei Mal. Dann kann der weg. So, also das können wir erstmal das lassen. Die Kisten füllen wir später. Da ist schon mal ein Bord fertig. So. Ja, ich weiß, dass hier noch Zeug steht. Das kann ruhig stehen bleiben. Cool. Ja. Also wir können uns jetzt überlegen, dass wir zum Beispiel hier hinten was hinbauen. Ich hätte da auch so eine halbwegs Idee. Also wir können... Oder wir bauen als nächstes die Küche. Was wäre denn deine Idee? Also wir können hier hinten so eine Art... Nein, Küche klingt auf, aber... Also hier hinten könnten wir das Esszimmer machen. Mhm. Weil hier hinten soll die Küche hinkommen. Große Küche. Ich wollte gerade sagen, äh... Was? Na ja. Kleine Küche. Richtig kleine Küche. Ja, das ist so eine Küche. Äh... Davon träumen Hausfrauen. Total. Oh ja, der Traum meiner schlaflogen Nächte. Mhm. Ja, dann bring mir erstmal die Küche hin da um. Wir können auch zuallererst die Treppe bauen. Ja, dann hätten wir zumindest schon mal einen Weg hoch, bevor man den zu bauen. Mhm. Müsst du jetzt gucken, aus was bauen wir die Treppe? Dann bauen wir sie aus Holz. Bauen wir sie aus... Ziegeln oder bauen wir sie aus Steinziegeln? Oder ist nicht der Ziegel? Ähm... Hm? Ähm... Holz? Könnten wir machen, ja. Sieht aber ein bisschen albern aus. Also ich würde eher für die Steinziegeltreppe gehen. Wieder. Ja. Ich würde dann gerade sagen, bitte nicht das mit dem Brot da drin. Ne, ne. Ich weiß. Jetzt kommt wieder die Sims Bauarbeit. Ich weiß. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wo werden wir denn ungefähr durchbrechen? Ähm... Also hier ist so die Treppe. Wie breit machen wir denn die Treppe? Machen wir so drei? Zwei. Zwei. Okay, gut. Tja. Zwei. 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 Zwei – du- Einfach zu wooped malTrip존. Rνο board. Babusräklamour- the Ah ja, wir sind an dieser Stelle schon anfangen zu hacken. Yay! Okay. Alles auch okay. Weil das wird dann nachher sowieso ein ganzes Stück freier hier. So, das ist schon mal die eine Richtung. Nee, dann machst du doch wieder drei breit. Zumindest da. Kann man auch machen. Ist auf jeden Fall ein bisschen schmaler als die letzte, die ich mal gebaut habe. Und das heißt? Ja, die ging ein bisschen breiter. Soweit ich mich erinnern kann. Sieben Blöcke? Nee, ich meine jetzt so in die Länge. Also von hier nach da war sie ein bisschen breiter. Ich kann mich natürlich jetzt auch irren, aber ich kann auch jetzt gerade nicht nachgucken gehen. Von daher, ich weiß es nicht. Ganz genau. So. Aber so von der Grundidee ist es wieder genau dasselbe. Was ist das Schöne daran? Das muss ja passieren. Ich habe mir damit gerechnet, dass es irgendwann passiert. So. Ähm. So. Das war das. Dann kommt dann jetzt hier noch... Ähm. Ja. Genau. Lach nicht. So. Soll ich weinen? Nee. Das auch nicht. So. Geheim versteckt. Hm? Geheim versteckt hinter der Treppe. Hm. Ähm. Ja, also wir könnten... Ich habe das zumindest bei meinem anderen Haus auch so gemacht, dass ich hinter der Treppe dann den Gang zum Keller hatte. Wurde ich auch gerade sagen, mach doch da hinten die Treppe runter zum Keller. Ja. Ja, das kann gut sein, dass wir das auch noch machen. Weil wir, wie gesagt, einen Keller noch brauchen werden und... Da hätten wir zumindest schon einen Einstieg. Ja. Genau. Wie gesagt, da steht er nicht fest. Ähm. Achja. Und wir werden hier im Nachhinein irgendwann auch noch Fenster reinbauen. Also keine Sorge. Nur hier hinten im Labor, glaube ich, werden wir darauf verzichten. Ja, wobei wir können eigentlich hier welche hinbauen. Dann... Jetzt ist es schon wieder in Nacht. Vielleicht auch nicht. Ne, aber es ist gleich soweit. So. Dann haben wir hier auch mal ein bisschen mehr Licht drin. Ich finde das mit den Gittern klasse. Hm? Ich finde das mit den Gittern klasse. Hm. Ich brauche mal kurz Holz, denn wir bauen jetzt hier was zu. Ähm. Gibt es noch das Teil? Nein. Gut. Ähm. Wups. Das war falsch. Passiert. Ja. Ab und zu. Dann können wir uns jetzt mal kurz um die Küche kümmern. Wir können es mal, dass das hier hinten komplett die Küche wird. Dann brauchen wir hier so einen Weg durch. Und dann können wir das so ähnlich machen, wie ich mir das bei meiner anderen Küche gedacht habe. So. Die brauchen wir jetzt hier eigentlich erstmal nicht mehr. Ähm. Was wir aber brauchen sind... Wackeln. Es ist so sch... Scheiße dunkel. Und ja, das ist so ein Ton, den finde ich sehr beunruhigend. Ich würde gerne mal wissen, was das eigentlich bedeutet. Kann das mal irgendjemandem erklären? Ich würde ja jemanden bestimmten jetzt fragen, aber der ist ja... Also er und auch sie sind ja momentan nicht da und haben auch zu tun. Und äh... An der Stelle wünsche ich euch auch viel Glück und ich traube an euch. Ich weiß, dass ihr das packt. Aber ich würde gerne mal wissen, was das für ein Scheiß tun ist. Was bedeutet das? Tod und Verderben. Ja, das kann ich mir denken. Aber ich würde halt ganz gerne wissen, ob es wirklich irgendwas in dieser Richtung bedeutet. Oder ob das einfach nur da ist, dass man sich mal unwohl fühlt. Oder... Bedeutet es nicht? Aber wenn es wirklich für Tod und Verderben steht, dann hast du dein Haus an der denkbar ungünstigsten Stelle errichtet. Glaub mir, du hörst das überall. Also das ist äh... Nicht so, dass das nur an einer Stelle immer zu hören ist. Du kriegst das überall mit. Okay. Ja, so. Eure Küche kriegt... Also wir werden hier auch mal... Ich bin auch einfach faul und werde hier einfach mal überall auch mal die Deckenbeleuchtung reinbauen. Was sind das denn? Das sind Leuchtsteine. Kriegt man normalerweise... Äh... Nur im Netto. Ach, die sind los? Ja, genau. Das sind die. Ähm... Wir wollen jetzt mal hier... Ihr habt es mir irgendwie anders vorgestellt. Ja, wie denn? Ähm... Ich weiß nicht. Auf jeden Fall nicht so. Okay. Das ist schlimm. So. Äh... Wir fangen mal an, die Sachen hinzustellen. Brauchen wir das für einen König. So, wir werden nämlich hier kochen. In dieser schicken Stelle. Dann haben wir schon mal die Spüle. Und den Ofen. Und... Äh... Ja, hier drüben kommt der Backofen hin. Und ja, ich weiß, dass ich doof bin. Danke. Das muss mir keiner sagen. So. Ich hab nichts gesagt. Und auch nichts getan. Warum ist der Teufel? Ist hier ein Creeper drin? WTF? Einen Augenblick. Ich muss mich ganz kurz verteidigen, bevor der mich sieht. Weil das... Das wäre jetzt so scheiße. Nein! Hier ist noch ein Zombie drin! Uah... Nein! Nicht doch! Uah... Ernsthaft? Du scheiß Ding! Wo ist der Creeper hin? Ich glaub zur Treppe, bitte. Äh... Okay. Das find ich jetzt nicht witzig. Wie sind die Dinger hier reingekommen? Ja, ich weiß... Vielleicht ist der Teufel. Ja, ich glaub, das ist das Problem, dass es noch nicht hell genug ist hier drin. Oh, das ist doch scheiße. Ach Gott, wegen solcher Momente ist doch Minecraft einfach nur Klasse. Ja, schon. Das sind diese besonderen magischen Momente. Mhm. Die jedes Spiel hat. Ich würd lachen, wenn die drüben aus seinem Labor kommen. Was würdest du? Ich würd lachen, wenn die da drüben im Labor irgendwie rumhüpfen oder so. Ich würd lachen. Nein, ich seh da jetzt keinen. Also, ich muss jetzt kurz was anderes machen. Ja? Ich mach jetzt einfach in den Creator-Mod und da können sie mir nämlich nix tun. Mh. Mh. Ist das nicht explodieren oder so? Ja. Das wäre mir jetzt einfach nur scheiße. Ähm. Mh. 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 Hier drin ist es hell genug, dass da nix spawnt. Das ist schön. Zumindest im Labor nicht. Ja gut, ich kann hier im Labor auch nicht unbedingt jetzt was mit Clostone machen. Könnte ich, sähe aber irgendwie doof aus. Deswegen mach ich das nicht. Deswegen hau ich hier einfach so viele Fackeln hin. So, jetzt hab ich die Schnauze voll. Jetzt geht mir nach oben und da wird jetzt ein Papst Mauer gehauen. Wo sind die Schweine hin? Sie hatten so viel Angst, dass sie Suizid gegangen haben. Für so schlau halte ich die Dinger nicht. Oder sie sind jetzt runter in die Küche. Das kann doch nicht auch sein. Ich würde lachen, wenn jetzt die Treppe runter geht und was steht da vor dir? Nö. Okay, also die verschwinden neuerdings jetzt auch einfach mal. Das ist, ähm, hm. Toll. Das war eine Erneuerung. Können zaubern. Ach, sie sind einfach nur schwu. Nein, sie sind nicht schwu, aber sie sind doof. Ich hab nix gegen Schwule. Ich hab nix gegen Schwule. Nein, nein, nein. Nein, nein, ich sag einfach nur, die Dinger sind einfach nur doof. So. So, ich weiß jetzt immer noch nicht, wie war das? Das ging... Wie ging das? Ähm, ich brauch ne Eisentür, glaub ich. Ähm, ja genau. Ich bin auch so doof. Leuchtet ein Bogen? Nee. Okay. Nee, war das aber nicht. Ja, ich darf mal anmerken. Ich bin irgendwie nicht schlau genug, einen Kühlschrank zu bauen. Da oben in der Ecke. In deinem Inventar. Oh ja, doch. Der leuchtet. WTF, wieso leuchtet der? Ah, das muss von dem, ähm, Dingens gewesen sein. Von dem, na wie heißt er? Ähm. Schellett? Nein, von diesem... Ja? Hm, wie funktioniert das denn gleich wieder? Ähm, von dem dämlichen... ...Skelett. Mein Gott. Sag ich so. Ach so. Ach so, ja. Das, weil der ist verzaubert, das zeig ich dir dann nachher. Ähm. Okay, also ich kann schon mal keinen Kühlschrank bauen. Ne, ich bin eindeutig nicht dafür gedacht, einen Kühlschrank zu bauen. Okay, gut. Dann halt nicht. Ähm, dann muss ich mir das nochmal von jemanden abgucken, der das kann. Ich baue stattdessen halt einfach die Küche weiter. So. Mir noch egal. Ich werde euch keinen Kühlschrank bauen. Ich hab mich gemobbt. Hat er noch genug Platz? Ja, allerdings. Das haben wir. Ähm. So, was ich aber eigentlich machen wollte... Das könnten wir jetzt auch eigentlich mal hier reinbauen. Äh. Wie gesagt, das haben wir, das haben wir, das haben wir... Äh. Okay, so, okay, hier. Weil das gehört auch in die Küche, meiner Meinung nach. Die Anrichte. So. Mehr. Das ist gerade gelöscht. Ich hab das einfach mal alles gelöscht, was ich nicht bauen konnte. Neck. Neck. Okay. So, und jetzt brauchen wir... Das da. Das brauchen wir nachher sowieso noch. Aber... Egal. Das find ich ziemlich klassisch, wenn man so was bringt. So eine Art Bar hier und kannst hier ausschenken. Das bauen wir nämlich hier nebenhin gleich rein. Und wir bauen jetzt hier ein Fenster hin. Damit wir hier auch ein bisschen mehr Licht haben. Und wir nicht so ganz aussehen wie Fort Knox, wenn's blitzt. Naja, soll er auch ein bisschen was sehen können. So, hier brauchen wir jetzt erstmal nicht so viel. Wir brauchen jetzt... Ja, da kommt doch jemand online. Schön. Einfach ignorieren, bitte. Hallo! Ich glaub nicht, dass sie dich hören kann. Zumindest nicht. Ja gut, jetzt, also wenn sie das hier dann sieht, wird sie dich wahrscheinlich hören. Und ja, ich weiß, man konnte das jetzt lesen, aber ich kann nix dafür. Ich hab nämlich nicht damit gerechnet, dass du jetzt online kommst. So. War das eine jener Personen, die du vorhin angesprochen hast? Eine davon, ja. Genau. Cool. Ich hab's noch nicht mal gelesen. Ich hab's geraten. Moment, du musst weg. Ja. Eine von den Personen, die momentan keine Zeit haben. Oder nicht viel Zeit haben und... Naja. Und die meiner Meinung nach das schon ganz gut packen werden, wenn sie dann irgendwann mal... Ja, ich weiß nicht so genau, wann sie jetzt was machen, aber ich weiß, dass sie das packen. Ich bin nämlich so positiv. So, jetzt machen wir noch was. Ein eines Video von diesem ominösen Parasdorf da, wo man nicht in die Kirche kann. Konnte sie auch immer. Haben sie schon gesehen? Hm, weiß ich jetzt grad gar nicht so genau. Ich wüsste nämlich so gerne. Wie die Meinung darüber ist. Müsste ich mir dann mal angucken. Wobei... Ich muss ganz ehrlich sagen, die Kirche hat mir gefallen. Wo kommt er nicht rein? Hm, boah. So. So, das war die Küche. Die Küche... Weiß nicht, sollen wir da noch Türen reinbauen? Hm. Also für mich muss jetzt nicht zwingend da eine Tür rein. Hm. So. Wir bauen hier jetzt langsam mal ein bisschen Licht rein. Ja, was ich dem schön finde, hier habe ich nicht den Fehler gemacht wie bei meinem anderen Haus, wo ich hergegangen bin und habe die Decke zu kurz gemacht. Also nicht hoch genug. So. Wir werden hier jetzt... In der anderen Welt, wo... Oder welche meinst du? Ja, also ich habe ja auf dem einen Server, auf dem ich mitarbeite, da habe ich das Haus ja schon mal teilweise gebaut. Ein bisschen kleiner. Und da habe ich dann halt auch mal den Fehler gemacht und habe denen die olle Decke nicht hoch genug gemacht. Aus meiner Sicht zumindest. Mhm. Und deswegen kann ich sowas wie das hier nicht... konnte ich da nicht hinbauen. So. Jetzt mal eine kleine Frage. Hat eigentlich schon mal jemand ein Haus unter Wasser gebaut? Ja, also zumindest einer von uns hat das mal gemacht. Teilweise unter Wasser allerdings. Also wenn dann mal irgendwie was weggehauen wurde, dann war dann mal ganz schnell die ganze Bude unter Wasser. Also das ist schon da gewesen. Wie ist denn das, wenn das alles überflutet wird, geht dann komplett alles kaputt oder wie? Es gibt ein paar Sachen, die gehen kaputt, ja. Aber nicht alle Sachen. Ich weiß nicht, das wollte ich eigentlich gestern schon fragen, ob das jemand schon mal gemacht hat. Aber irgendwie ist es mir dann entfallen. Okay. Ne, also... Ich glaube, das wäre auch das Erste, was ich bauen würde. Ja, also ich habe auch noch... Also wir können sowas auch mal bauen. Da habe ich auch nichts dagegen. Wäre ich sogar sowieso ganz fü... Ich kann nicht mehr reden. Wer ich für zu haben. Mein Gott. Äh... Mach doch nichts zu Wort. Findungsstörungen geht mir da irgendwann mal. Ja, natürlich. Ups. Äh... Moment. Ja, genau. Ich hau das jetzt mit den Blöcken zusammen. Das ist eine geile Idee. Hm. Ähm... So. So, also wir werden jetzt hier mal das, äh... Äh... Ist natürlich jetzt ein bisschen komisch gemacht, aber das ist mir jetzt ganz lieb so. Ähm... Wir werden hier nämlich jetzt die, äh... Speisekammer hinbauen. Einfach für den... Ich weiß gar nicht, was du jetzt machst. Was denn? Ähm... Speisekammer. Ja. Und, äh... Das ist jetzt interessant, weil hier werden wir dann einfach... Weil ich... Man geht einfach mal von aus, das Haus ist dafür gemacht, dass mehr als eine Person hier drin wohnt. Und dann kann man zum Beispiel sagen, so, ja, also ich baue jetzt hier diese Speisekammer, wie gesagt, hin. Also kommen oben mehrere Schlagzimmer hin. Äh... Können wir mal. Also wir können auf jeden Fall ein Gästezimmer mit reinbauen. Ähm... Und wie gesagt... Ihr seid eigentlich nur, äh, umgebracht. Nö, also wir können... Wie gesagt, äh... Können wir machen. Geht alles. Ähm... Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir halt hier, ähm... So, und, äh... Ja, du kriegst irgendwie gesagt, so, ja, bring doch mal Salz mit. Einfach jetzt mal so als, äh... Metapher. Mhm. Und dann kannst du dann hier reingehen. Und dann guckst du hier mal in den ganzen Kisten, die wir jetzt hier gleich reinbauen. Und dann, wenn du das gewundert hast, schmeißt du es dann hier in die Küche rein. So. Hier dein Salz, Freundin. Ja, genau. Warum nicht? Es hat doch was. Also wenn du so gut zielen kannst, dass du es genau in die Fresse rein kriegst, ne? Oh, ich hab jetzt gerade so voll die dämliche Idee. Was denn? Uh... Ich weiß nicht, ähm... Ich hoffe, du stehst da so in der Küche und dann, ähm, fällt dir ein, ah, du brauchst noch was, ja? Mhm. Und dann wende für dich an deinen, äh, an deinen kleinen Gollum, der da in der Speisekammer rummutet. Ja. Oh. Oh. Ach ja. Ähm. Oh, ich finde die Idee gut. Also mir gefällt's. Hat was? Mhm. So, und wir haben jetzt hier ein paar Kisten hingepflanzt. Dieht doch schick aus. Meine Güter, du hast einen guten Kleber da. Hä? Was? Du hast echt guten Kleber. Ja, das ist der, das ist dieser extrem starke Uh-Kleber. Nur nicht von dem gehört. Ähm, nein. Ach, das ist doch der, wo... Oder meinst du... Hm? Oder meinst du den, wo die in der Werbung die Leute an die Decke geklebt haben? Ja, das oder wo sie, äh, den, den einen Pickup da dran geklatscht haben. Wow. Es kann ja auch sein, dass wir den da benutzt haben, ne? So, wir erhellen jetzt einfach ein bisschen die Räume. Ähm, hm hm hm. Dass kein hinterhältigen Creeper oder sonst irgendwer da rummutet. Was? Dass kein hinterhältigen Creeper oder irgendwer da rummutet. Ja, das wäre nicht schlecht. Also wie gesagt, wir haben halt noch sehr viel auszubauen und einzuräumen und dann dauert es halt ein bisschen. Und dann kann es nicht schaden, wenn wir dann hier schon mal ein bisschen, äh, zumachen. Oder uns verbauen. Das geht natürlich auch. Seine bevorzugte Weise. Und da ist wieder diese schöne Musik, wo ich wieder da sitze. Was zur Hölle! Wenn eine, äh, Höhle irgendwo in der Nähe ist, ist doch ein anderer Ton, oder? Ähm. Ich mein, es ist ja nicht so, dass wir, äh, nicht wüssten, dass du unter deinem Haus eine Höhle hast. Eine ist gut. Es sind glaub ich sogar zwei. Oder drei. Also es sind zumindest ne vier in... Also wir hatten glaub ich vier oder fünf, äh, wie ich hier hingekommen bin, waren hier drin. Und, äh, ja. Mal ganz...